So meine Freunde, willkommen zu Spieltag Nummer 5 in der GPL. Letzte Woche konnten wir tatsächlich den ersten Dreier einfahren. Heute wollen wir weitermachen gegen Captain Cringe und sein Team Cinchilla. Da oben seht ihr tatsächlich die Auswahl an Pokémon, die er theoretisch mitnehmen kann. Ich mache das wahrscheinlich immer so, dass ich das dann erst so schön auflasse, damit wir halt abgleichen können, was er jetzt mitnimmt und was nicht. Und warum wahrscheinlich und warum nicht. Das Ganze hat man ja dann wahrscheinlich in der Team Preview immer ein bisschen erörtert, warum er irgendetwas mitnehmen wird bzw. warum etwas wahrscheinlich eher nicht. Ja, das ist Spieltag 5. Wir haben letzte Woche tatsächlich gewonnen. Kurzer Nachtrag. Ich habe einen Punkt abgezogen bekommen, weil ich zu spät hochgeladen habe, weil die Regeln dieses Seasons sehr, sehr streng sind, was das Ganze angeht. Man hat eine Toleranzgrenze von 15 Minuten, die man verspätet hochladen kann, einfach weil man jetzt so eine Regel hat, dass man die Kämpfe tatsächlich nicht eine Woche vorher aufnimmt, sondern bis zu zwei Wochen vorher. Dementsprechend sind die Regeln sehr, 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 sehr streng diese Season. Heißt also, ich habe jetzt minus einen Punkt bekommen. Ich werde euch jetzt nicht sagen, was ich von der Regel halte. Da kann man ja gerne diskutieren. Fakt ist aber, ich habe den Minuspunkt auf jeden Fall verdient bekommen. Und, ähm, ja, hat man so zu akzeptieren. Mund abwischen, weiter geht's vielleicht. Oder wenn es eine nächste Season für mich gibt. Wenn es eine nächste Season generell der GPR gibt. Vielleicht kann man ja dann an dieser Regel arbeiten. Und zwar gemeinsam. Weil ich persönlich bin da jetzt nicht so der Fan von. Ich finde sie sehr, sehr streng ausgelebt. Aber ich bin selbst schuld. Das ist auf jeden Fall, das ist klar. Egal, ist jetzt ein bisschen blöd. Wir sind nämlich effektiv jetzt wieder Letzter. Obwohl wir eigentlich mit drei Punkten statt zwei nicht Letzter gewesen wären tatsächlich. Sondern, ich glaube, Neunter oder so. Klingt auf jeden Fall besser als Letzter. Egal, wenn wir heute gewinnen, dann sind wir wahrscheinlich safe. Nicht mehr Letzter, was ganz gut ist. Ich will heute auf jeden Fall gegen den Captain Cringe gewinnen. Ich bin guter Dinge. Das Matchup für uns, wie gesagt, ist, ich will nicht sagen, favorable. Aber je nach Teamvorbereitung bin ich mir eigentlich recht sicher, dass wir das eigentlich mit nach Hause nehmen sollten. Je nachdem, wie Captain Cringe spielt. Er ist natürlich auch ein sehr, sehr starker Spieler. Und ich meine, es ist Pokémon, das heißt, es kann alles passieren. Wie gesagt, ich kann euch ja schon mal ein bisschen was zusammenfassen, solange wir jetzt hier warten. Ich bin sehr, sehr nervös. Ich warte jetzt schon, glaube ich, eine halbe Stunde auf Captain Cringe. Obwohl, eigentlich hätten wir erst vor 15 Minuten unser Treffen gehabt. Aber ich habe schon in einer halben Stunde gesagt, yo, ich bin da, ich will kämpfen. Los, geh los, lass los. Ich bin nervös, ja. Ich bin immer noch motiviert. Das ist, glaube ich, ich sage das jede Woche wieder. Das ist die, oder ich hatte jetzt für diesen Spieltag die krasse Vorbereitung überhaupt. Einfach, weil ich dieses Match-Up, ähm, ich spiele das nicht gerne. Ich spiele das nicht gerne. Weil beim Blick auf sein Team sieht man ja, dass es ziemlich defensiv ist, ja. Aber auch offensiv, gerade im Late Game dann, nachdem man alles schon mal ein bisschen runtergemürbt hat, äh, gut clearen kann, ja. Gerade mit Weavile zum Beispiel oder halt auch mit Latias. Da müssen wir auf jeden Fall tierisch aufpassen. Und auch ein Weeshoe ist sehr, sehr gefährlich, wie ich tatsächlich dann in der Teamvorbereitung auch hin und wieder festgestellt habe. Aber wenn da jetzt so ein bisschen Scarf wie Schuh wäre, das ist, äh, nicht ganz ungefährlich. So, Captain Crunch is on, schreibt er mir. Du aber nett, äh, 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 okay, warte. Dann reconnecte ich eben, kein Problem. Wie gesagt, das ist Spieltag Nummer 5. Wir wollen heute auf jeden Fall gewinnen. Ich habe heute auch mal das Bild länger gezogen. Der Grund ist ganz einfach. Äh, indem ich das Bild nämlich langziehe, äh, kann ich für den Fall der Fälle diese Rohdatei einfach so auf YouTube lassen. Ich bearbeite da in der Regel immer noch mal ein bisschen. Ich lege eine Color Correction zum Beispiel drüber. Ich mache da immer noch mal eine Ein- und Ausblende. Äh, passe auch noch mal ein bisschen den Sound an. Aber für den Fall der Fälle kann ich dann jetzt aber in Zukunft auch, ohne diese schwarzen Pornobalken da, äh, direkt etwas hochladen. Also die Rohdatei. Für den Fall der Fälle, ja. Da, falls dann wieder etwas passieren sollte, wie jetzt zum Beispiel heute, ja, dass wir da vielleicht ein bisschen besser gewappnet sind. So, Captain Cringe ist bei mir nicht on. Okay. Keine Ahnung, warum er bei mir nicht on ist. Ah doch, okay, er hat mich eingeladen. Perfekt, never mind. Okay, okay. Alright, alright. So, Captain Cringe. So, wir haben hier ganz nebenbei hier ein bisschen, äh, so einen komischen Ranzschimmer. Das ist halt der Greenscreen, weil da hinten in die Ecke nicht genug Licht kommt aktuell. Liegt einfach daran, dass es ein bisschen dunkel ist aktuell. Ist auch sehr, sehr spät, dass wir den Kampf aufnehmen. Und, äh, das Licht ist auch ein bisschen defekt, ja. Also da muss ich hier eine neue Glühbirne kaufen. Damit wir vielleicht diesen ranzigen Schimmelfilter da mal rausbekommen. So, Cringe legt die Regeln fest. Ich lasse eigentlich immer meinen Gegnern die Regeln festlegen, weil ich das sehr, sehr lange nicht mehr gemacht habe. Meine Haare sind wieder super, super lang geworden. Was haltet ihr davon, Leute? Haare kürzen? Iroquese? Ja. Oder doch wieder der gute alte Undercut. Ich machte in letzter Zeit immer so einen Undercut rein. Ja, cool Story, Regi, ich weiß. Aber, äh, ja. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Rasieren müsste ich mich auch wieder. Ist auch wieder viel zu lang. Es wächst und gedeiht. Ah, Leute. Früher als Kind wollte man immer ein Bart haben. Mittlerweile denke ich mir, alter, hätte ich mir das nicht gewünscht. Ja. Sicher die ganze Zeit rasieren und so eine Scheiße. So, Team auswählen. Ich bin sehr, sehr, sehr gehypt. Äh, hier nochmal unser Team. Mega Lurak X, ne? Mit dem Schwertanz. Wir haben Voltolos, Spex Voltolos. Wir haben, äh, Colbo Berry, also Anti-Undicht-Bäre. Ähm, Lasho King. Wir haben nochmal unser, äh, nicht Memoir dieses Mal, sondern tatsächlich Ultima, ja. Dann haben wir Keifel und wir haben X-Bud. Ähm, ich bin gespannt, wie es wird. Nebenbei natürlich, wie immer, die Kerks am Laufen und ich wünsche den Captain Cringe schon mal viel Spaß. Was nehmen wir für eine Theme? Wir nehmen einfach mal Flordelis. Die Flordelis-Theme ist nämlich immer lit. Dann wünschen wir den Captain Cringe. Good luck. Und selbstverständlich auch viel Spaß. Good luck and have fun. So, ich bin gespannt, was er mitnehmen wird. Wie gesagt, meine Prediction. Weavile, Latias, Slowbro, äh, Florgas. Die vier auf jeden Fall. Und dann kommt's natürlich drauf an. Ich rechne mit Claydol tatsächlich, weil Claydol halt einfach, äh, stark ist. Handscheine rauslegt und halt Rapid Spin kann. Und ich bin gespannt, ja. Er hofft auf viele Hacks und viele Lacks und Fails und so. Natürlich, natürlich. Captain Cringe laber mich nicht dicht, ja. Sowas wollen wir hier nicht sehen, ja. Auch wenn das natürlich Sarcasm ist. Und wir warten. Es sind wieder sieben Minuten. Sieben Minuten, die ich jetzt umsonst rendere. Hätte ich erst in dem anderen Screen angefangen. So, jetzt geht's los, jetzt geht's los. So, Captain Cringe hat dabei. Das seht ihr jetzt gerade gar nicht. Deswegen machen wir mal eben kurz, äh, das Team von ihm aus. Wow! Okay, Gaydol ist dabei. Ich mein Claydol. Äh, Florgas ist nicht dabei. Einfach, äh, weil mir das wahrscheinlich Setup gibt. Slowbro ist nicht dabei. Wow! Er spielt etwas richtig, richtig Defensives, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Wow! Warum ist ganz nebenbei der Screen so absolut scheiße? Ich dachte, ich hab diese Porno-Balken, äh, geregelt. Moment, Leute, ich muss das nochmal fixen. Alter! Anscheinend brauch ich ja doch diese komischen Porno-Balken. Ja, tatsächlich! Fuck! Not like this! Okay, never mind, Leute. Wir brauchen die Porno-Balken trotzdem. Okay, das ist, äh, echt nicht schön. Das ist etwas, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Äh, sehr, sehr offensiv von ihm. Äh, wir haben Cinchilla, wir haben, äh, Wee-Shoo, wir haben Rotom, wir haben Wee-Vi, äh, Wee-Vi, wir haben Larias und wir haben Claydol. Uh, okay, ich hab überhaupt nicht mit, äh, Minchino gerechnet. Aber das ist in Ordnung. Wie machen wir das jetzt in der Situation? Ähm, ich würd sagen, wir leiden einfach mit Lequic. Weil Lequic eigentlich gegen fast alles ein gutes Matchup hat, außer gegen, äh, außer gegen Rotom. Oh, Leute, ich muss auf jeden Fall, äh, okay, das, 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 das wird, äh, das wird nicht ganz so geil, tatsächlich. Das wird wirklich nicht ganz so geil. Alright. Jetzt müssen wir nochmal hier Smogon einschalten, weil ich hab absolut keine Ahnung, was Minchino kann. Abgesehen von Sacken. So, Minchino, Cinchino heißt es, glaub ich. Äh, Cinchino, genau. Hunden hat 15 Base. Ah, das ist schneller als Voltolos, ne? Da muss ich echt aufpassen. Okay, Rotom Lied, Heißorb. Guter Joke. Ich weiß nicht, was er damit meint. Ah, okay. So, ich muss mal kurz abwägen. Was kann das Minchino? Minchino löst bei mir ein ganz, ganz großes Fragezeichen gerade auf. Ich hab wirklich mit, äh, drei von den Monstern gerechnet. Rotom und Wishu standen als sechstes Mitglied beide auf der Kippe. Dass er Florgis nicht dabei hat und vor allen Dingen auch, äh, Ah, ich hab ne Idee. Er hat Scarf. Er hat Scarf Wishu, beziehungsweise Scarf Cinchilla. Äh, Cinchilla, beziehungsweise Wishu. Mian Chao, you just love me im Englischen. Ja, eins von denen trägt den Scarf. Weil er braucht natürlich ne Antwort gegen Glurak. Einen Glurak Check. Sonst geht nämlich natürlich Glurak durch wie Butter. Ich kann jetzt in der Situation, äh, auf Glurak wechseln. Dann laufe ich aber in Volt Switch rein. Der wird aber Turn 1 nicht Volt Switch drücken. Zumindest kann ich mir das wirklich nicht vorstellen, dass Turn 1 der Volt Switch kommt. Ich glaube, auf Glurak zu gehen ist ja mein Play. Ich will nicht, dass Kaifel verbrannt wird. Wobei... Verbrannt ist Kaifel. Er kann ansonsten vielleicht sogar die Paralyse... Ja, ist die Paralyse wichtig? Äh, die Verbrennung in dem Fall. Ich glaube, um ehrlich zu sein, das ist mir sogar recht wurscht, ob der mich jetzt verbrennt oder nicht. Da kommt sogar Turn 1 der Hitzekoller. Ist okay. Den tanken wir weg. Ich kann jetzt in der Situation natürlich nochmal schön kärten. Ähm... Eriditan Steine raus. Er kriegt die vielleicht weggespinnt mit Claydol. Aber bis dahin muss er halt vielleicht nochmal Rotom reinholen, Weavile reinholen oder irgendwie sowas in der Art. Und wenn er halt auf Gaydol geht, kriege ich vielleicht sogar mein Setup mit, ähm... Crowbat hin. Ja, Gaydol ist immer ein relativ free Setup gegen Crowbat. So, wir haben hier Overheat. Und ich muss jetzt kurz kalken, was das vielleicht sein könnte. Rotom H. Rotom Heat in dem Fall. Rotom Heat. VGC 18 Offensive. Fast Bulky Pivot. Der Overheat... Ist das Spex? Das sieht nach Spex Damage aus. Was ist, wenn der investiert wäre in dem Fall? Äh... 25 gegen... Nicht gegen Charizard, gegen Pillow Swine. Overheat hat, äh... Wie viel Damage gemacht? 80 bis 86. Das sieht mir nach einem Offensiven aus. Ja, das ist auf jeden Fall offensives Investment. Ich weiß aber nicht, ob das Spex ist. 80 bis 96. Ich glaube, das sind nicht Spex. Sieht nicht nach Spex Schaden aus. All right. Ähm... Big Brain. Big Brain in dem Fall. Ich denke nicht, dass er Volt Switch drücken wird. Wenn überhaupt, dann Willow. Dann gehen wir in dem Fall auf Big Brain. Ja, er wird in dem Fall nicht auf Volt Switch gehen. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Ich meine, wenn Volt Switch kommt, ist es schon ziemlich stark von ihm. Ich rechne aber nicht mit Volt Switch. Auflockern! Oh, okay, okay, okay. Ja, äh... Nicht schlecht von ihm. Er hat keinen Cleric. Das heißt, wenn ich jetzt irgendetwas getoxigt kriege, bleibt das getoxigt. Was natürlich ziemlich geil ist. Äh... Das heißt, wir drücken jetzt einfach Toxic. Er kann ja bei Scouten, was wir vielleicht für ein Set fahren. Ja, okay. Ich habe jetzt natürlich Minus gemacht mit Rotom. So, ich habe jetzt natürlich Minus gemacht. Wir haben jetzt aber Informationen rausgeschöpft. Er hat Defog auf Rotom. Hat er also sowohl Defog als auch Rapid Spin auf Claydol? Oder ist Claydol einfach nur da, um ein bisschen was zu tanken? Was auch sehr, sehr geil ist, er hat keinen wirklich krassen Switch in Dark Pulse. Was will er denn in Specs Dark Pulse reinwechseln? Weavile? Selbst Weavile kriegt davon mindestens 40%. Ja, ja, ja. Specs Dark Pulse drückt hier Damage. Wenn ich irgendwie... Wenn ich irgendwie in Voltolos bin, muss ich einfach nur Dark Pulse drücken. Was ziemlich geil ist, wie gesagt. So, da kommt der Vault Switch, der immer noch respektabend Schaden macht. So, 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 so. Wir warten, wir warten, wir warten, wir warten, Mr. Cringe. Volt Switch haben wir auch gesehen. Item noch nicht. Könnte vielleicht eine 50% Beer sein. Okay. Empolion. Das ist Latias. Okay. Nein, das kriegen wir getoxic. Das ist für mich natürlich an der Stelle ziemlich, ziemlich gut. Könnte natürlich Latias. Latias. Refresh, I guess. Latias. Latias. Latias, Latias, Latias. Reflective. Psycho-Sight. Ja, okay. Einfach auf Clefki gehen. Ich meine, wir haben das Toxic drauf. Wir können eigentlich hier getrost auf Clefki rauf. Clefki gibt ihnen halt die Option, einfach auf Claydol zu gehen. Abgesehen von Claydol sind da nicht wirklich viele Switch-Ins. Ja, wir gehen einfach auf Clefki. Clefki, weiß ich nicht. Voll speziell defensiv. Das Ding ist jetzt erstmal getoxict. Alles wichtige Informationen, die wir hier rausziehen. Okay, er doubled raus. Auf Heißorb. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Cool, jo. Cool, 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 cool. Okay, hat er gut gemacht. Jetzt war ich schön den Double gepullt. Ja, wir haben gesehen, dass Rotom hat nicht wirklich viel Damage gemacht auf mein Big Brain. Ich rechne jetzt eigentlich eh mit Volt Switch, wenn ich ehrlich bin. Direkt jetzt den Overheat drücken ist nicht so geil für ihn. Er hat auch keinen Switch in den Dragon Claw, ne? Das heißt, ich kann immer schön Dragon Claw abfeuern. Was will denn bitte schön Dragon Claw tanken? Claydol, wie gesagt, wäre eine Option. Aber Claydol kriegt da auch eine Menge Damage von. Ähm, ja, das ist jetzt die Frage. Volt Switch oder Overheat? Wenn es Volt Switch ist, gehe ich natürlich auf Kaifel. Ansonsten auf Big Brain. Der Safe Play ist Big Brain. Ansonsten halt tatsächlich Lequik. Lequik und dann auf Big Brain. Ja, ich darf keinen Schaden hier auf Ultima nehmen. Kaifel hat auch schon viel Damage gefressen. Aber Kaifel macht generell in dem Match-Up nicht so mega viel. Ich glaube, ich kann hier schon mal die Option nutzen. Ich gehe einfach mal auf Kaifel drauf. Wie gesagt, Kaifel macht in dem Match-Up, gerade jetzt, wo es schon so viel Damage gefressen hat, sowieso nicht so mega viel gegen Guishu, Crunchilla und sowas. Schmarotzer. Alright. Good to know. Good to know, good to know, good to know. Äh, ja. Jetzt in den Overheat auf Glurak gehen. Die haben den Schmarotzer gesehen. Schmarotzer. Äh, ja. Jetzt in den Overheat auf Glurak gehen. Schon mal einen Megan. Und einfach die Claw drücken. Er hat halt, er hat halt keinen Switch in der Reihen. Ich bekomme von Overheat mit Glurak, kann ich so mega viel Damage. Klar, wenn er, er wird, er wird aber in der Situation nie auf World Switch gehen. Wie viel Schaden würde ich von dem Schmarotzer bekommen? Foul Play in dem. Foul Play. Foul Play macht, äh, gar nicht so viel. Warte auf Filoswine. Auf Glurak. Da sind schon 35%. Ah, jetzt könnte ich eigentlich auf Big Brain gehen. Ja, jetzt könnte ich eigentlich auf Big Brain gehen. Das ist halt in der Situation das Beste, was ich machen kann. Das Einzige, was halt halt wirklich nervt, ist, äh, World Switch. Was er natürlich nicht drückt. Äh, World Switch gegen Rotom. Rotom hat auch noch World Switch, haben wir gesehen. So. Alright, jetzt kann er natürlich munter, fröhlich, World Switch drücken. Außer ich predikte das wieder. Und gehe auf Kaifel. Was natürlich jetzt Next Level Shit wäre. Äh, ja, warum denn nicht? Dann gehen wir halt auf Kaifel direkt wieder. Klingt eigentlich für mich ganz gut. Nice, wir kriegen sogar den Double. Rhymey, das war was? Oh, Weavile. Okay, kein Problem. Also, Weavile juckt mich jetzt eigentlich nicht wirklich. Okay. Das heißt, ich krieg, wenn ich will, wieder die Rocks raus. Oder aber ich chipp das Vieh richtig gut an. Wie viel Damage macht ein Low Kick von Bandit, äh, Weavile? Weavile, Choice Band mit Low Kick. Low Kick macht auf Pillow Swine. Pillow Swine wiegt nicht so viel. Aber es sind trotzdem... Ah, es ist trotzdem viel Schaden. 82 bis 98. 90. Wäre eine Roll. In der Range. Und es müsste Bandit sein. Hm. Wir gehen die Tarnsteine aus. Tarnsteine sind hier wichtig. Erdbeben gibt ihm halt wieder den Switch in auf Rotom, wenn er auf Rotom geht. Und, wie gesagt, ein Keifel. Keifel kann ich eigentlich aktuell versuchen abzuschmeißen. Ich hab zweimal Roll Switch hier drauf. Fall Play war es nicht, Roll Switch. Fall Play. Mann, ich spiel halt sowas mega Offensives. Und ich hab viel Setup. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht allzu oft auf Setup kommen. Mein Latias ist Poisoned. Das müssen wir uns merken. PSN. Abschlag. Okay. Das heißt, wir kriegen die Rocks aus. Okay. Abschlag. War das Bandit Damage? Knock Off. 75 plus 88. Das ist nicht Bandit. Das ist kein Bandit Damage. Das ist gut zu wissen, dass es kein Bandit Schaden ist. Das heißt, ich könnte jetzt die Situation nutzen und erstmal auf Glurak gehen. Naja, ich könnte die Situation nutzen und auf Glurak gehen. Add nicht Bandit. Revile Heart Knock Off. Sollte eigentlich klar sein, but you never know. So. Heiß auf. Okay. Wie viel Schaden? Macht jetzt bitte nochmal Foul Play auf. Mann, das sind alles Kelks, die ich nicht gemacht habe. Ich bitte euch, dies zu entschuldigen, Leute. Das ist wirklich, ich weiß, ein bisschen nervig. Aber das sind wirklich Kelks, die ich nicht gemacht habe. Ja. Gegen, äh, Rotom. Rotom. Gegen Charizard Endeavor. Foul Play. Foul Play macht 35%. Ich mache mit einer Dragon Claw ungeboostet Adamant 75. Wenn, sogar mit HP Investment. Das heißt, Dragon Claw ist immer der Play und wir könnten das Ding schon mal rausnehmen. Weil, was will er jetzt hier rein wechseln? Ich habe nicht gemegert. Oh. Oh, ich habe nicht gemegert. Oh, Leute. Ich spiele zu schnell. Ich spiele viel zu schnell. Ich spiele viel zu schnell. Okay, egal. Das war ein Trick. Okay. Das war ein Trick. Ich wollte Captain Cringe nur baiten. Ja. Ich wollte ihn nur baiten. Wenn ihr jetzt gedacht habt, das habe ich extra gemacht. Ich wollte ihn nur baiten. Was mache ich denn da? Okay. Aber gut zu wissen. Ich glaube, die Claw hätte sowieso knapp nicht gereicht. Das heißt, wir spielen einfach gerade nur um die Beere rum. Also, alles gut. Ja. Macht euch da keinen Kopf. Jetzt kommt das Auflockern. Aber jetzt rustig. Ah. Schade, schade, schade. Okay. Hätte das gereicht? Ich fühle mir gerade echt unschlüssig. Hätte das gereicht? Das interessiert mich jetzt. Habe ich jetzt gerade einen Fehler gemacht. Mega. Cherry Zard. Ne, nicht das normale. Cherry Zard. Was will ich jetzt wissen? Hätte das gereicht? Cherry Zard. Dragon Dance. Three attacks. Die Claw. Dragon Claw. Oh, das sieht ganz danach aus, als ob das gereicht hätte. Upsala. Ja. Sieht ganz danach aus, als ob das gereicht hätte. Das heißt, ich habe ihm gerade meine Steine vom Board wechseln lassen. Oh. Er will das Ding also noch keepen. Was okay ist, I guess. Ist halt einfach nur blöd von mir jetzt gewesen. Ich hätte das Rotom rausnehmen können. ein Win, vier Strikes. Ach. Wegen heute. Wegen heute. So, ist das komplett defensiv? Das ist komplett defensiv. Okay. Ich bin schneller als Claydol. Was kann Claydol groß machen, was jetzt schlimm wäre? Gar nicht so viel. Ich kann erst die drücken. Wenn ich jetzt die drücke, kriegen wir auf jeden Fall irgendeinen Kill auf alles. Was könnte er jetzt machen mit Claydol, was mir gefährlich werden könnte? Claydol. Ist es vielleicht Specs Claydol? Bandit Claydol? Earthpower. Earthpower macht viel Damage. Wir haben jetzt mit der Dragon Claw so viel gemacht, dass wir sagen können, dass es eher defensiv investiert. Sprich, ich rechne nicht mit irgendetwas offensiv. Vielleicht legt er jetzt selber seine Tarnsteine raus. Was, wie gesagt, okayisch wäre. Ähm. Ja, es setzt gerade halt eine blöde Roll. Wir gehen also auf den Schwertanz. Man, wir hätten das Rotom rausgenommen. Das war bad von mir. Das war sehr, sehr bad von mir. Okay, da kommt das Erdbeben. Okay. Das sollten wir tanken. Wir haben HP Investment. Easy. Dann kriegt keine Tarnsteine raus. Oh. Das waren jetzt 91 KP. Okay. D-Claw. Er hat keinen Switch in den D-Claw. Wir drücken einfach D-Claw. Nehmen dann das Ding raus. Das ist ein fairer Trade. Claydol ist raus. So. Jetzt hat er aber viel, um mich zu Revenge killen. Ja, er hat jetzt recht viel in der Theorie, um mich zu Revenge killen. Er hat keinen Tarnsteine-Liga mehr. Das heißt, um Tarnsteine muss ich mir keine Sorgen machen, was ganz nice ist. Ich werde wahrscheinlich im Laufe dieses Spiels meine Tarnsteine nicht mehr rausbekommen. Ah, Mann. Glurak. Das wäre vielleicht sogar dein zweiter Kill schon gewesen. Ja. Das wäre vielleicht sogar schon dein zweiter Kill gewesen. Ich glaube, die Idee von Captain Cringe war es. Äh. Warum er auf Fallplay gegangen ist mit dem Ding. Oh ja, jetzt habe ich den SD drin, ne? Ja, gut. Jetzt habe ich den SD drin. Das heißt, wenn ich mir Glurak aufbewahren will, was ich eigentlich schon machen möchte, weil gegen Weavile beispielsweise, kann ich das nochmal reinholen. Ja, jetzt kommt eh, äh, jetzt kommt eh Fallplay. Jetzt kommt sowieso Fallplay. Fallplay, äh, macht jetzt natürlich extrem viel Schaden, weil wir bei Plus 2 sind. Können wir jetzt Liquid abschmeißen, aber Liquid könnte noch wichtig sein. Oder ich gehe jetzt einfach auf Big Brain, was höchstwahrscheinlich eher mein Play ist. Ja, das ist, das ist, doch, 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 das ist, das ist in Ordnung, ja. Big Brain ist immer noch, äh, The Brain in dem Fall. Da kommt der Schmarotzer, den tanken wir natürlich gut weg. Da kommt schon mal die Cowboy Berry. Die er natürlich hier in der Situation triggert. Ah, das war ein Crit. Okay. So, jetzt kann ich Skald drücken. Skald könnte, Skald könnte, Skald könnte, falls jetzt in der Situation, äh, Weavile kommt, könnte ihn natürlich in der Situation echt stark damagen. Ich habe auch kein Item mehr drauf. Und ich habe Defense Investment. Das heißt, ich könnte pursue... Weavile. Wir wissen, dass es nicht Bandit ist, ne? Weavile. So, es ist nicht Bandit. Nehmen wir mal an, es ist Expert Band. Ja? Schlimmster Fall, Expert Band. Ja? Expert Belt Weavile macht auf mein, äh, Slowking. Ich habe jetzt keine Cowboy Berry mehr. Es macht auf mein Slowking mit einem Knockoff nicht mehr genug Schaden. Klar, ich kriege wahrscheinlich jetzt nochmal Chip Damage. Pursuit wäre halt ein Problem. Pursuit wäre ein sehr, sehr großes Problem. Wird er das jetzt riskieren? Wird, wird Richard das riskieren? Wird er jetzt in der Situation einfach, äh, sein Weavile reinholen und riskieren, dass es verbrannt wird? Was, zugegebenermaßen, echt riskant wäre für ihn. Ich will nicht dubbeln. Ich kann es mir in der Situation, denke ich, nicht erlauben. Ich habe auch schon meine Broleo-Beere jetzt abgeschmissen. Was gar nicht mal so schlimm ist. Alternative ist, ich wechsle einfach auf Kaifel. Hm. Ich könnte auf Kaifel gehen. Weil Kaifel macht effektiv in dem Match nichts mehr. Ich kann jetzt, okay. Folgendes. Wir gehen auf Kaifel. Und wir baiten jetzt den Overheat raus. Okay, wir baiten jetzt den Overheat raus. Jetzt kommt eh der Wall-Switch. Das ist immer der Play in der Situation. Ich kann jetzt Wall-Switch raus baiten. Äh, ich meine, Overheat raus baiten. Und V-Play macht ja nicht genug, haben wir gesehen, ja. Sprich, ich kann in der Situation jetzt eigentlich immer die Tarnsteine drücken. Weil wir haben gesehen, Schmarotzer sollte nicht ausreichen. Wir tanken das. Oder auch nicht. Kein Problem. Oder auch nicht. Kein Problem. Gut. Kein Problem in dem Fall. Gut, gehen wir halt auf den Bizeps-King. Äh, hat Bizeps-King hier irgendwas zu befürchten? Wie viel Damage machen wir mit dem Bizeps-King? Aber ich wollte das Ding ja eh abschmeißen. Also, äh, Dingens. Äh, Mammutl. Mammutl sage ich schon. Kaifel. Thunderous versus Rotom. Keat. Wir haben jetzt diesen... Na, es ist ein offensiveres Rotom. Rotom. Keat. Ja, nehmen wir mal dieses V-GC Offensive Set, theoretisch. Ich kann überlegen, ob ein Thunderbolt von Thunderous ausreicht. Tatsächlich nicht. Aber wir haben ja schon gesehen, dass es Offensive ist. Ich mach den Darkpool zu wenig gegen das Ding. Rotom-He gegen Cherrysard. V-Play, ich muss mich beeilen. V-Play. V-Play, mach. 55 bis 65. Das ist eine Roll. Ich könnte das überleben. Roll minimal in meinem Favor. Ah, es ist eine Roll minimal in meinem Favor. Aber ich will es tatsächlich nicht riskieren. Macht der Bizeps-King nur so wenig Schaden? Thunderous. Ja, tatsächlich. Zumindest, wenn er maximales HP-Investment hat, wovon ich ausgehe, weil er ja auch meinen Glurack überholt hat. Was ist, wenn er kein maximales HP-Investment hat, sondern sehr, sehr offensiv ist? Dann reicht Darkpools meistens für den Kill. Ich könnte auch auf Sludge-Wave gehen. Ich glaube, Sludge-Wave ist eher der Play. Lass mich auf Sludge-Wave gehen in dem Fall. Sludge-Wave macht mehr Damage und bei Sludge-Wave muss ich mir weniger Gedanken... Oh, Napoleon, Latias. Wow. Wir hätten Latias rausnehmen können, wenn wir auf Darkpools gehen. Oh Mann, wie bitter ist das denn? Wir hätten Latias rausnehmen können, wenn wir auf Darkpools gehen. Ah, Darkpools wäre hier besser gewesen in dem Fall. Darkpools wäre hier besser gewesen in dem Fall. So, pullen wir wieder in den Double. Oder pullt er wieder in den Double. Das Latias hat super wenig Schaden genommen. Latias. Mega. Latias, mega. Das hat wenig Schaden genommen. Vor allen Dingen, es war ja noch nicht mal gemegert. Das war verdammt wenig Schaden. Darkpools hätte hier wirklich reichen können. Fuck. Okay. Wir gehen auf Ultima. I guess. Okay. Wir gehen zuerst raus. Wenn er jetzt auch rausgeht. Okay. Okay. Er megert. Und ich gehe mal jetzt ganz stark von Recovery aus. Roos beispielsweise. Ja, aber Roos ist, denke ich, hier eine ganz gute Option. Ah, okay. Ärgerlich. Darkpools hätte ihn rausgenommen. Mit Darkpools hätten wir so viel Schaden auf diesen Polium bekommen. Im Polium, by the way. Okay. Stachler. Sind die Stachler wichtig? Ich könnte in der Ladung Stachler rausbekommen und Rotom halt so zum Defoggen zwingen. Ich meine, was macht Latias Poison? Latias Poison macht sowieso nichts. Er wechselt raus. Ist okay. Hätte ich prediken können. Hätte ich auf jeden Fall prediken können. Ja. Ist kein Problem. Ich hätte das prediken können. I know. I know, man. Ah, no. That's a real, 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 really tough world out of there. Okay. So, wir haben jetzt Stachler draußen. Das heißt, wir spielen auch effektiv um Focus Sash oder so auf Weavile rum. Okay? Focus Sash auf Weavile könnte nämlich ein Problem sein. Ich habe tatsächlich auch was, was den Overheat tanken könnte. Ich denke aber in dem Fall ist es besser. So. Ja, ich gehe jetzt einfach auf Glurak. Weil ich werde Glurak gegen nichts anderes mehr richtig reinbekommen können. Also, Glurak kann ich halt noch sacken am ehesten. Beziehungsweise, Glurak tankt jetzt hier auch wieder auf. Auflockern ist auch okay. Auflockern ist super. Auflockern ist sehr, sehr nice. So, und jetzt ist halt die Frage. Er ist schneller. Ah, no. Und die Tatsache, dass er hier auf Defog geht, zeigt mir eigentlich nur, dass das Weavile, ähm... Das ist Weavile's Sash ist. Er wertet in der Situation die Stachler über Damage. Das zeigt mir eigentlich nur, dass er Sash ist. Das ist eigentlich recht offensichtlich. Ähm... Ja. Das ist eine Roll in unserem Favor, Leute. 60-40. Wenn er jetzt auf Foulplay geht, das wird nicht reichen. 60-40. 60-40. Nice. Er hat einen Minroll bekommen. Er hat einen Minroll bekommen. Wir kriegen also jetzt nochmal einen Ruheort raus. Sehr, 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 sehr nice. Und wir können theoretisch unser Saat jetzt hochheilen. Komplett hochheilen. Und ich glaube, ich gehe jetzt auch komplett hoch. Und nicht auf einen D-Claw. Wobei D-Claw jetzt hier auch ziemlich geil gewesen wäre, aber... Nein, 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 nein. Glurak hier hoch zu heilen, ist schon der Play. Weil Glurak kann noch wirklich enorm wichtig sein. Glurak kann jetzt auch wieder in Rotom reingehen. Jetzt haben wir auch wieder einen guten Switch in den Rotom. Chirachi V2, Cinchilla. Mhm. Die Zartere, dass es so heißt, zeigt mir eigentlich nur... ...dass er jetzt wahrscheinlich flinchen will mit Felswurf. Ja, der will jetzt flinchen. Das ist klar. Kingstein. And go. Wenn ich durchkommen sollte, ist er weg. Wenn ich durchkommen sollte, ist er weg. So, Tail Slap. Ne, nicht Tail Slap. Er ist nicht Choice Band. Ich gehe mal eher von Kingstein aus. King's Rock. Mit Felswurf. Rock Throw oder was war es? Rock Blast, genau. Ach, Rock Blast, so wenig. Ach, okay. Wir können jetzt gambeln. Ich habe halt nichts, was wirklich gut reinkommt. Clefki theoretisch. Kann das Ding was gegen Clefki? Wenn Chino ist es noch hier. Man, ich habe gar nicht gegen das Scheißding geklagt. Sorry dafür, Leute. Kann das irgendwas gegen Chinchino? U-Turn. Ja, das will ich nicht riskieren. Das kann ich nicht riskieren. Sieht nicht so aus, ob das irgendwas könnte. Ich stehe unter Zeitdruck. Wir gehen auf Ultima. Aber allein die Tatsache, dass wir Glurak jetzt hochbekommen haben, ist schon Gold wert. Ich hätte natürlich die Claw drücken können. Dann hätten wir Save was rausgenommen oder das Rotom rausgenommen. Aber das ist okay. So, da kommt die Kerne. Oh, wenn ich diese 50-50 gewinne bei den Predictions, ja. Dann wäre das so gut für uns. In dem Fall haben wir das leider, leider, leider nicht gewonnen. Da kommt der High-Sop wieder. Ich darf mir kein Damage auf dem Ding erlauben. Das ist jetzt nicht ganz so geil. Clefki ist komplett spezial defensiv. Gegen Rotom wieder. Alter, ich keck so viel. Aber es geht viel einfacher und viel schneller. Und es ist viel sicherer. Wir tanken Overheat. Alright. Wobei, er ist offensiv. Na, na, er ist offensiv. Wenn er Volt Switch drückt, skert er uns wieder raus und macht Plus. Will ich ihm diesen Erfolg gönnen? Die 50-50, guys. Volt Switch oder Overheat? Volt Switch oder Overheat? Volt Switch oder Overheat? Das ist hier die Frage. In jedem Fall ist Glurak wieder der Play. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Kriegt ein bisschen Chip auf Glurak. Wir wechseln wieder. Ist okay, ist okay. Jetzt kann Shinjino wiederkommen. Aber wenn Shinjino jetzt wiederkommt, werde ich direkt wieder wechseln. Das ist klar. Tauros Sweep. Das ist Wishu. Okay. Wishu? Wishu? Scarf Wishu, I guess. Mian Shao. Joy Scarf. Ich gehe mal ganz stark... Mian Fu? Nein! Mian Shao. So, Mian Shao. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es Specs ist. Specs habe ich schon. Gegen Cherrysard. Stone Edge. Wir tanken eine Stone Edge. Wir überleben eine Stone Edge. Sogar relativ sicher, oder? Relativ sicher. Stone Edge macht... 102 bis 122. In dem Fall würde ich sagen... D-Claw and Go. D-Claw, anything better? Ich glaube nicht. Fire Punch? Nope. Wir gehen einfach auf D-Claw. Was soll der denn jetzt hier groß machen? Stone Kick, okay. Aber dafür ist das Ding jetzt höchstwahrscheinlich raus. Ja, okay. Nice. Zweiter Kill für Glurak. Und wir nehmen das Mian, äh, Wishu raus. Ganz, ganz, ganz blöde Threat. Extrem blöde Threat. Okay, okay. Jetzt, 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 jetzt. Now we're talking, man. Okay, jetzt kann ich Glurak abschmeißen. Glurak macht effektiv nichts mehr. Glurak ist langsamer als alles andere. Glurak ist fast tot. Glurak tankt nichts mehr. Drang, klauen. Go. World wechselt. Ist okay. Glurak, du hast deinen Job erfüllt. Glurak, genau das, was er machen sollte. Okay. Very good job, Glurak. Okay. Wir haben jetzt noch vier Mons. Er, ebenfalls. Wir haben aber die Initiative. Aber wir haben die Initiative. Clefki ist wichtig in der Menschheit. Rhyme. Alrighty. Rhyme, alrighty. Ultima. Ist die Frage. Ultima? Ultima? Ultima und ein Double pullen. Ultima und ein Double pullen. Klingt für mich eigentlich nach... was ganz Gutem. Weil was will er denn groß machen in dem Matchup? So wie er es spielt, ist das Weaver ja viel zu wichtig. Er hat einen perfekten Switch in den Rotom. Wir haben noch nicht gedoubelt. Ich glaube, ich wage jetzt den Double auf... Ja, ich wage jetzt den Double. Ich werde in der Situation tatsächlich den Double wagen auf Voltolos. Einfach, weil ich das Rotom beim Switch in der Vision muss. Ich könnte natürlich auch Toxic spielen. Toxic ist aber so Minus gegen Weavile, wegen Prankster. Toxic gegen Rotom. Ich habe noch keinen Item Rotom gesehen. Ich will auch die Beere ungern triggern. Oh, er bleibt drin. Er bleibt drin. Er bleibt drin. Das ist ein Play, den ich absolut nicht nachvollziehen kann. Das ist ein Play, den ich absolut nicht nachvollziehen kann. Und der echt weh tut. Das tut richtig weh. Da geht eine Menge Damage-Potential flöten. Ja. Okay. Wir kriegen noch Voltolos aufgespart. Aber da geht eine Menge Potential flöten. Da geht eine Menge Potential flöten, Leute. Ich verstehe das nicht. Warum bleibt der in dem Fall drin und schmeißt Weavile ab? Weavile ist doch noch so wichtig, tatsächlich. Look at this. Look at this. Warum schmeißt der Weavile ab? Ich kann mir das gerade wirklich nicht vorstellen, warum er das gemacht hat. Beziehungsweise macht. Will er mit Lati sweepen? Ein Lati-Sweep ist eine Option, tatsächlich. Wenn er Lati Refresh hat, könnte er mich mit Lati noch sweepen. Vielleicht will er also dementsprechend mein, äh... Es sah so gut aus. Jetzt dieser Abschlag macht viel kaputt. Der macht sehr, sehr viel kaputt. Okay. Ich kann jetzt wieder raus wechseln. Einfach, weil ich das Rotom erwarte. Oder ich bleib drin. Okay. Perfekt. Rotom. 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 Okay. Ach. That's a lot of damage. Crowbat. Crowbat könnte vielleicht noch was machen. Slowking versus... Rotom Heat. Wohl switch hat genauso viel damage gemacht, äh... Wie es mir der Calc vorausgesagt hat. Das ist jetzt echt... Das ist... Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Ich weiß immer noch nicht genau, was das Rotom für ein Investment hat. Das Rotom hat aber so viel damage gemacht, dass ich davon ausgehe, dass er Max HP hat. Max Special Attack. Jetzt ist eine meiner weiteren Win-Cons. Der B-Tips-King. Dieser extra damage auf Thundi nervt. Der ist sehr, 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 sehr ärgerlich. Okay. Wechsel wieder raus. Rotom. Chirachi V2. Okay. This is fine. This is... This is fine. Das macht halt immer noch nichts gegen Klefki. Während ich jetzt theoretisch Toxic draufbekommen kann. Oder ich drücke einfach Dazzling Gleam, um alles, was jetzt reinkommt, zu hitten. Außer Rotom. Aber gegen Rotom wäre halt Toxic der Play. Oder ich double raus. Wir drücken Toxic. Wir drücken Toxic. In dem Fall mache ich es einfach. Wir kriegen halt nochmal ein bisschen Chip auf Rotom. Und ich glaube wirklich, es ist an der Zeit, dass ich Klefki abschmeiße. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Aber ich denke, es ist an der Zeit, Klefki abzuschmeißen. Okay. Okay. Inlage Stachler. Ist auch am Start. Kommt jetzt der Overheat. Wollwechsel. Perfekt. 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 Jetzt überleben eine weitere Runde. Rotom ist feusend. Wir haben Stachler draußen. Das heißt, wenn dieses Chinchino Ja. Ja, das ist okay, I guess. Das ist okay, I guess. Das ist okay, I guess. Nur dieser Schaden auf Thunderus nervt, weil jetzt Weavile mit Ice-Shut auf jeden Fall killt. Vorher hätte ich gesagt, wir könnten das überleben. Weavile. Gegen Stunderus. Ja, vorher hätten wir das echt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit überleben können. Okay. Kommt, die Rati 2.0. Ich glaube, wir toxiken das jetzt einfach. Ebenfalls. Extra Damage ist extra Damage. Ja, perfekt. Minchino. Chinchino. All Out Attacker. Kann ich dadurch irgendwie Informationen ziehen. Da ist der Heiß Orb. Ich könnte noch eine Lage Stachel auslegen. Minchino hält nichts aus. Crowbird könnte das tatsächlich alleine rausnehmen. Auflockern. Er will die Beere aktivieren. Er will 100 pro die Beere aktivieren. Er will 100 pro die Beere aktivieren. Kommt der jetzt in Beerenrange? Ist das Beerenrange? Ja. Okay. Beerenrange ist wie gesagt trotzdem noch okay. So. So. Wir legen noch mal die Stachle aus. Während der Beerenrange ist. Volt wechseln. Okay. Nice. Nice, nice, nice. Nicer Dicer. Hätte ich den Nicer Dicer. Ist ein geiles Ding. Okay. Okay. Rhymey kommt rein. Rhymey kann aber auch nicht mehr allzu oft rein. So. Wir sacken jetzt Ultima. Okay. Clefgey. Clefgey. Oh. Ihr geht nicht auf Weichstadt. Das heißt wir kriegen noch mal eine Ladung Stachle raus. Okay. Okay. Alright. 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 So. Und jetzt würde ich sagen gehen wir auf Steve. Ich kann in der Situation jetzt Giga Drain revealen. Er wird eh Eishad drücken. Giga Drain sollte ab der Range ausreichen. Ich kerke noch mal auch an der Stelle nach. Sicherheitshalber. Versus äh Steep. Super fun bad. Oh. Giga Drain reicht gar nicht so safe aus. Giga Drain ist ne Roll. Eishad macht viel Damage aber er ist nicht Bandit. Ich drück mal jetzt die Expert Belt. Ich geh einfach mal von Expert Belt aus. Okay. Wir drücken einfach den U-Turn. BDI-Shad. Okay. Alright. dadurch sehen wir der ist nicht Bandit gewesen. Weavile ist jetzt auch raus. Er hat jetzt nur noch vergiftete Mons by the way. Das heißt wir können ihn theoretisch versuchen irgendwie auszustallen. BDI-Shad äh BDI-Shad King ist gegen zwei von drei das beste Mon. Big Brain gegen den ganzen wir gehen auf Big Brain einfach weil die Rocks liegen. Zwei Mons kriegen halt keinen Damage von Rocks aber Cronchilla kriegt halt Schaden von Rocks. Okay. Das ist das ist intens. Das ist sehr 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 intens. Sehr 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 intens. Wie gesagt absolut kein Team auf das was ich mich vorbereitet habe. Ich habe es ein bisschen weggechockt. Okay. Jetzt wieder ein Mincino Kerk. Mincino. Mincino 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 Nein Chincino heißt es Chincino So sorry Chincino Oh ich mache das Ding ist gefährlich Muss da irgendwie Damage drauf bekommen Na flinscht er? Nein Okay Ich weiß nicht ob er irgendein Item drauf spielt aber er flinscht nicht was gut ist Nächste Runde ist er nicht down Soll ich das Predigten raus wechseln auf Crowbat Na Crowbat ist zu wichtig aber ich muss hier in der Stelle raus Der Bizeps King ist ebenfalls noch viel zu wichtig Ich glaube wirklich ich muss an der Stelle das Ding abschmeißen Mary will den Fels Ey Fels auf Glieder neben Holy Shit Oh mein Gott Das war das war gut für mich Oder Ich glaube das ist gut für mich Ich glaube wirklich das ist gut für mich Okay Kein Scarf auf Mincino Zwei Monst die Toxic sind Wotum Was jetzt auf jeden Fall Wallswitch drücken wird Weil es nur Wallswitch kann Aber ich wollte das Ding eh sagen Okay Das ist jetzt interessant Das ist jetzt interessant Und Das ist jetzt wichtig Okay Latias kommt Ich glaube tatsächlich äh Es wird schwer Es wird extrem schwer Was ist meine Wincon in der Situation Darkpools and Prey Ich kann Darkpools drücken Wenn ich Darkpools drücke wird es am Ende auf Rotom rauskommen Werd ihr sich mit Glurak schon lange hätte rausnehmen können Wenn ich mich gemegert hätte Muss ich allen erstes jetzt auf Darkpools Flinch hoffen Darkpools Flinch Ist das wirklich the way to go Ich glaube tatsächlich ja Was anderes fällt mir nicht ein Ich kriege das Latias vielleicht sogar noch ganz gut raus Ich glaube Darkpools ist hier the way to go Ich muss jetzt nochmal bei Rotom Kerken Rotom Hit Rotom Hit gegen das Crowbat Wir machen mit Crowbat nicht genug Schaden Das Rotom hingegen macht zu viel sprich der Bizeps King muss jetzt rein und der muss flinch der Bizeps King muss jetzt rein und der muss flinch andernfalls kann ich das nicht mehr gewinnen Hätte ich Specs drauf Ich glaube Specs Damage killt Ich habe meinen Specs einfach so weggeworfen Ich tanke jetzt auch keinen Angriff mehr von Latias Sprich dieser eine Abschlag könnte mir jetzt das Game kosten 30% Finster Aura Wenn ich den Finster Aura Flinch bekomme sollte ich das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gewinnen können weil ich das Rotum dann mit meinem Crowbat besiege Latias Latias Mega Mega Latias Ich will aber nicht choken deswegen lasse ich mir die Zeit Ich mache Stand jetzt nur noch zu wenig Ich mache Stand jetzt zu wenig Damage Gerade weil es wahrscheinlich defensiv ist wenn ich vorher Volt switch drücke und dann wechsel wie viel schaden macht thunderous auf rotom rotom hit offensive ist der player hier tatsächlich Volt switch raus hoffen dass er dark pulse oder so drückt und ich einen hit überlebe Ich glaube nicht ich glaube ich drücke einfach auf instaurer und hoffe dass ich den flinch bekommen oh mein gott oh mein gott das ist bitter das ist extrem bitter für captain cringe oh mein gott das ist so bitter dieser flinch 30% I know er hat auch eben den felswurf gemisst aber das ist so bitter oh mein gott das ist super 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 bitter ich weiß es nicht ich weiß wirklich nicht ob wir das jetzt in der tasche haben oder nicht aber das war ultra wichtig das weiß ich oh mein gott ist das ärgerlich für ihn für mich ist natürlich super super gut ich meine es sind 30% 30% ist nicht gerade wenig aber trotzdem ist echt uncool das Rotom ja das ist auch noch ein Problem wir haben immer noch nicht gewonnen wir haben immer noch nicht gewonnen wir haben gesehen das Rotom kann kein HP Investment haben ich habe gesehen es ist offensiv sprich ein Darkpools macht jetzt 31 bis 37 Sludge Wave macht 37 37 bis 44 er kriegt noch Poison Damage 6% wenn ich sagen wir ich mache ihn jetzt im Schnitt 40% 40% plus Poison Damage und er ist gerade bei 70 70% ich mache ihn 40% plus Poison Damage Wie viel Damage muss da ein Crowbat machen Crowbat macht genug in dem Fall wenn er kein HP Investment hat Es sieht nicht danach aus als ob der HP Investment hat Es sieht nicht danach aus Oh mein Gott Wir gewinnen wahrscheinlich Ich will mich immer noch nicht zu weit aus dem Fenster legen Wir gewinnen wahrscheinlich gegen Captain Cringe ganz knapp mit 1-0 wegen einem Dark Pulse Flinch der aber selbst verschuldet war mehr oder weniger Reicht die Matschbombe jetzt Crowbat reicht die Matschbombe Es reicht und also ich finde der Fails Flinch war jetzt nicht so relevant tatsächlich gegen Ende aber der Flinch der war extrem wichtig der war extrem wichtig also ohne den hätte ich das nicht gewinnen können also schaut euch den Kampf nochmal bei Cringe an das war extrem spannend extrem spannend und verdient auf jeden Fall nicht ja das war ein spannendes Match ich hab einen großen Bob gemacht zwei auch das mit Blurak zum Beispiel dass ich da nicht mega und einfach D-Claw drücke was ich ja eigentlich gemacht hab wenn ich mega D-Claw drücke ist es ein totes Rotom weil jetzt nach dem Investment weiß ich ich hätte es auf jeden Fall besiegt und dann hätten wir das Rotom gar nicht mehr am Live dann hätten wir das Spiel on spot gewonnen ich hab da gechokt ich hab das mit Thunderous weggechokt wir gewinnen trotzdem okay knapp 1-0 extrem spannend GG an Cringe der Flinch am Ende war ärgerlich tut mir leid dafür wirklich es tut mir leid das ist bitter ich kann da nichts für ich weiß aber es ist trotzdem ärgerlich dass man ich muss auf diesen Play gehen und wow spannend Herzrasen schaut euch den Kampf auf jeden Fall nochmal bei Cringe an wir gewinnen wir stehen jetzt 2-3 mit einem Minuspunkt nächsten Spieltag geht's ran gegen Downey da wollen wir auch gewinnen und dann wird's hoffentlich besser als dieser Spieltag Dankeschön Freunde ich hoffe ich wünsche euch noch viel Spaß bei den anderen Spielen insane macht's gut euer Regi und lasst einen Daumen nach oben da wenn's euch gefallen hat und dann wird's euch gefallen hat und dann wird's euch gefallen hat